Haben Sie auch den Eindruck, dass der Finanzmarkt völlig aus den Fugen geraten ist? Dass es immer schwieriger wird, sinnvolle und rentable Geldanlagen zu finden? Hallo, mein Name ist Carsten Koblitz und ich beschäftige mich bereits seit 1990, also seit nunmehr fast 30 Jahren als selbstständiger Finanzmanager, mit dem Thema Geld. Schwerpunkt Geld anlegen, Vermögen aufbauen und Vermögen schützen. Wenn Sie wollen, teile ich hier mit Ihnen meine langjährigen Erfahrungen zu diesem Thema für Ihre Geldanlage, die Sie mit konkreten Tipps dann für sich umsetzen können. Meiner Erfahrung nach ist besonders in den letzten 5-6 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer schneller und immer weiter auseinandergegangen. Deswegen verwundert es mich auch nicht, dass ich in der Praxis immer mehr Fragen bekomme zum Thema Geld. Zum Beispiel, wie kann ich heute überhaupt noch Vermögen aufbauen? Wo lege ich mein Geld an? In Sparbuch? In Versicherung? Oder zu Hause unter dem Kopfkissen? Was ist mit dem Thema Inflation? Welche Auswirkungen hat das Thema Inflation? Niedrigzinsen oder sogar jetzt Negativzinsen auf mein Kapital, auf meine Geldanlage? Wie kann ich mich vor diesen Faktoren schützen? Was ist sinnvoll? Was ist rentabel? Was ist wichtig? Was ist mit der Schuldenpolitik? Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das betrifft ja alle. Die Notenbanken tun ja weltweit Geld drucken, als gäbe es kein Morgen. Was kommt da eventuell auf uns zu? Was ist mit dem Euro? Was ist, wenn eine Währungsreform kommt? Kann ja niemand ausschließen. Diese und ähnliche Fragen, außerdem noch ein wichtiges Thema, was jetzt immer mehr hochpoppt, ist das Thema, was ist mit dem Thema Bargeldverbot? Wenn Sie diese Fragen oder ähnliche ebenfalls beschäftigen, dann fragen Sie sich jetzt hier ein und holen sich mein kostenloses E-Book. Sieben Tipps, wie Sie Ihr Geld anlegen, aber richtig. Sie bekommen dann weiterhin aktuelle Informationen für Ihre Geldanlage, die Sie für sich umsetzen können. Und innerhalb der nächsten 14 Tagen ein weiteres E-Book zugesandt von mir. Ebenfalls kostenlos 14 Schutzmaßnahmen, wie Sie Ihr Vermögen langfristig sichern können. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Anlage. Wenn Sie Ihre Geldanlage optimieren möchten, wenn Sie Fragen dazu haben, nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf. Meine Kontakttaten finden Sie im Anschluss daran und ich freue mich über Ihr Feedback und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ihr Carsten Koblitz